Aspomay, Bruderzwist im All, Sherlock Holmes, die galaktischen Fälle, Folge 42, nach den Charakteren von Sir Arthur Conan Doyle. Erzählt von Rupert Pichler. Im Weltraum herrscht zwar niedrige Teilchendichte, doch er ist kein leerer Raum, sondern enthält Gase, kosmischen Staub- und Elementarteilchen, wie zum Beispiel Neutrinos, kosmische Strahlung und Partikel. Außerdem elektrische und magnetische Felder, Gravitationsfelder und elektromagnetische Wellen. Und natürlich Raumfahrzeuge, die sich dazwischen bewegen können, so wie die Ultimo 1. Ein Schiff der Galaktischen Union, das unentwegt in neue Abenteuer gerät, was nicht allen an Bord recht ist. Der erste Offizier soll sich sofort auf der Brücke melden, ordnete die Computerstimme wie Lautsprecher an. Erster Offizier-Tornort auf die Brücke. Das hörten auch Holmes und Dr. Watson, die gerade in der Bordbibliothek herumschmückerten. Aha, ein neuer Fall kündigt sich an, wenn unser junger Freund so dringlich auf die Brücke gerufen wird, vermutete der Meisterdetektiv. Kommen Sie, Watson, wir werden uns ebenfalls dorthin bemühen, um gleich alle Details aus erster Hand zu erfahren. Ich ahne schon, dass Ihnen die Langeweile wieder den Wunsch nach neuer Gefahr induziert. Aber wir sollten uns nicht aufdrängen, meinte der Doktor. Wer spricht von aufdrängen? Wir kommen ganz zufällig daher und bei der Gelegenheit können wir unsere Hilfe anbieten als Gegenleistung für die Gastfreundschaft, die uns hier zuteil wird. Beide setzten sich in Bewegung und kamen noch vor dem ersten Offizier am Ziel an. Ihr könnt ohne mich wohl nicht sein, sagte Tornort launig, als er auf die Brücke stürmte. Decker warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Verzeihung, Sir, ich wollte nur das Betriebsklima erwärmen«, sagte er kleinlaut. »Lassen Sie sich Ihre Gehaltserhöhung nicht zu Kopf steigen«, warnte ihn der Kapitän. »Er hat das Gespür für das Momentum, aus einer Situation das Beste zu machen«, wollte Holmes die Situation retten. Ohne weitere Umschweife kam Decker gleich zum springenden Punkt. »Es geht um Ihren Bruder«, Tornort. »Ich habe drei Brüder. Welche meinen Sie?« »Torbik. ID Nummer 349350U09. Er scheint das schwarze Schaf in Ihrer Familie zu sein.« »Ihr, der bunte Hund, Sir.« »Egal ob Schaf oder Hund, er hat sich tierisch daneben benommen und 50 Tonnen Gold geschnappt.« »Der Galaktischen Union widerrechtlich entwendet.« »Besitzungen behaupten sogar gestohlen.« »Ihr Glück, dass die Union keine Sippenhaftung kennt.« »Dennoch soll ich ihn finden, Sir?« »Ja, das wäre mehr als angebracht.« Den Dialog durchbrechend, fragte Holmes, »ist er dieses Verbrechens nachweislich schuldig, Mr. Decker?« In seinem Kommandostuhl sitzend, schlug Decker elegant ein Bein über das andere und zuckte die Schultern. »Mlaat Union, ja, aber für mich ist das unerheblich, denn ich bin weder Richter noch Staatsanwalt. Ich darf ihn nur hierher gondeln und mich nach Tornortschätzungen richten, wo er seinen bösen Zwilling vermutet.« »Pardon, Sir, aber wir sind keine Zwillinge, sondern Halbbrüder. Wir teilen denselben Vater und wurden von zwei verschiedenen Leihmüttern gleichzeitig ausgetragen.« Nun mischte sich auch Dr. Watson ins Gespräch ein. »Ich wette, charakterlich sind Sie und er total verschieden.« »Ja, das kann man wohl behaupten. Er ist zum Beispiel plapperwütig.« »Und wie würden Sie sich selbst bezeichnen? Wortkarg?« In Holmes' Stimme klang leicht die Ironie durch. »Das nicht gerade, aber er ist noch viel Ärger als ich in allem. Er hat ein weniger attraktives Aussehen als ich, weil unser Vater vor der Zeugung Amateurboxer war und nach jedem Kampf derangierter aussah, was er in seinen Genen weitergab. Torwigsamen wurde nach einem besonders schweren Kampf entnommen. Und außerdem...« »Können Sie ihn anrufen?« Unterbrach ihn Decker. »Natürlich, Sir. Computer, verbinde mich. Torwart, ID Nummer 349349U09 mit Torvik. ID Nummer 34350U09. Aufenthalt derzeit unbekannt. Passwort Brüderchen Frost. Origineller Nickname. Entkam Decker eine Bemerkung. Nach wenigen Sekunden erschien ein Hologramm von einem Ebenbild Tornuts, allerdings mit sichtlich gebrochener Nase, finsteren Blick und kurzgeschorenen Haaren. Sein durchtrainierter Körper steckte in einem orangen Overall. »Wusste ich's doch, dass sie dich auf mich ansetzen. Ich unterließe es absichtlich, dich mit reinzuziehen. Mittels falscher Spuren wärst du längst erledigt gewesen, Kleiner. Und ich soll mich jetzt dafür bedanken?« Ein Grinsen hältte das finstere Antlitz des Holos auf. »Undank ist der Weltenlohn. Ich tauch jetzt ab.« Das Holo verschwand. »Abtauchen«, wiederholte Holmes und kratzte sich am Kinn. »Meinte damit sein Verschwinden in einem Wasserplaneten?« Aufenthalt konnte aufgrund der Kürze des Anrufs nicht eruiert werden, informierte die Stimme des Computers. »Also, wo könnt ihr diebischer Bruder mehrsten sein, Tornut?« forschte Decker mit zusammengekniffenen Augen. »Ich, ich hab nicht die leiseste Ahnung, Sir«, stammelte der erste Offizier, dem die ganze Angelegenheit sichtlich peinlich war. »Hatte er Ihnen mal etwas von einem Wasserplaneten erzählt, wie unser Mr. Holmes vorhin aufgrund der Ausdrucksweise Abtauchen annahm?« »Nein, Sir, das mit dem Abtauchen war nur so ein Slang-Ausdruck. Er liebte schon seit seiner Kindheit eine unangemessene Sprache.« »Dann steuern wir zuerst Z.Ü.B. an«, wie Fall Decker. Dank seines phänomenalen Gedächtnisses wusste Holmes sofort, wovon er sprach. »Sie meinen sicher das Zentrum öffentlicher Belustigung. Eine Raumstation im Randgebiet unserer Galaxis, die um 119 Tauri kreist, für alle frei zugänglich ist, die von dem Stress des üblichen Raumfahrts Alltags Ablenkung suchen und ein beliebter Treff für nicht ganz astreine Personen, die neue Anhänger für kriminelle Aktivitäten anwerben wollen. Wir waren bereits einmal wegen der Raumpiraten dort. Nun vermuten sie dort Käufer für das gestohlene Edelmetall. Ich wünschte, jeder an Bord meines Schiffes hätte so eine Gedächtnisleistung, Mr. Holmes. Und wie immer haben Sie recht. Wenn Torbic etwas von seinem Gold gegen Bitcoins tauschen will, dann ist er an so einem dunklen Umschlagplatz genau richtig. Während der Fahrt dorthin wurde Tornut immer trauriger. Es schien fast, als suchten ihn die Dämonen seiner Kindheit heim. So klagte er Holmes und Watson sein Leid, als sie zu dritt an einem der Food-Automaten standen, obwohl im Angesichts des Familienärgers der Appetit vergangen war. Schon seit frühester Kindheit wollte Torbic immer im Mittelpunkt stehen und wehe, wenn ihm niemand die gebührende Aufmerksamkeit schenkte. Dann sagte oder tat er etwas Verrücktes, sodass er sofort wieder in den Kern des Interesses aller Anwesender rückte. »Wie würden Sie ihn ausführlicher charakterisieren, Mr. Tornut?« hakte Holmes nach. »Sein Anspruchsdenken wird nur noch von seiner Arroganz übertroffen. Aufsässig, subversiv, ungeniert und egoistisch ist er immer gewesen. Welche negativen Eigenschaften er im Laufe seines Lebens getrennt von mir noch angenommen hat, vermag ich mir nicht auszumalen. »Hat er auch gute Eigenschaften?« »Er ist hochintelligent und zielgerichtet.« »Erinnert mich an Mycroft,« mormelte Holmes und fragte laut weiter, »was machte er eigentlich beruflich?« Wenn ihn jemand danach fragte, antwortete er stets nur »Business«. »Das kann alles Mögliche bedeuten,« ahnte Dr. Watson. »Hat man ihn schon einmal auf seine geistige Gesundheit untersuchen lassen?« »Natürlich, doch er bestand jeden Test. Einmal hat er seinen Psychiater sogar dazu gebracht, an uns, seine drei Brüder, eine Strafpredigt zu halten, weil wir ihn angeblich andauernd provozieren und ungerechterweise unmoralische Handlungen bezichtigen, die wir getan haben sollen.« »Es war jedoch genau umgekehrt. Meist kassierten wir für seine Schandtaten die Strafe.« »Das ist ja ein schönes Früchtchen.« Der Doktor schüttelte missbilligend den Kopf. »Nein, schön ist er eben nicht.« In einem Heureka-Moment deutete sich Tornot gegen die Stirn. »Das kann es sein, was seinen Groll gegen uns heraufbeschworen hat. Wir sahen alle einfach besser aus als er.« »Von dieser Sorte Mensch begegneten mir schon einige,« erinnerte sich Holmes. »Eine Person, die Groll hegt, ist aggressiv und provoziert, hat unbeherrschte Wutausbrüche, ist pathologisch unaufrichtig und überempfindlich. Alle anderen werden für die wahrgenommene Ungerechtigkeit verantwortlich gemacht.« »Tja, Sie reden von ihm, als würden Sie ihn schon so lange kennen wie ich,« seufzte der erste Offizier. »Und mein hoher Rang muss ihm auch ein Pfahl im Auge sein.« »Was mir da in den Sinn kommt,« bemerkte Dr. Watson wie nebenbei, »ist die Armee von Roboter, die er für den Transport der 50 Tonnen Gold benötigt.« »Clever wie er ist, hat er sich ein Anti-Gravity-Tool besorgt,« erklärte Tornot. »Kurz auch AGT genannt. Ein Ding, das wie ein simples Rohr aussieht und schwere Lasten wie federleichtes Gepäck durch die Luft schweben lässt. Aber Gold ist doch ein Edelmetall, das nicht magnetisch ist,« wunderte sich der Doktor. »Magnetismus spielt dabei keine Rolle. Mit so einem AGT könnte mein Bruder sogar eine Pferdekutsche spielend leicht hochheben und die Viecher würden nicht einmal wieren.« »Wirklich erstaunlich,« ließ Holmes verlauten. »Derart ausgerüstet konnte ihm also der große Kuh gelingen.« Die Raumstation ZÖB ähnelte einem gigantischen Kinderkreisel, der mit grell leuchtenden Lichtpunkten gespickt um den roten Überriesen 119 Tauri eierte. 2000 Lichtjahre von der Erde entfernt, ein Teil des Sternbilds Stier. Nachdem die Ultimo 1 an einem freien Ausleger verankert war, begab sich Tornut mit Holmes und Dr. Watson im Gefolge durch spärlich beleuchtete lange Flure, von Hotelzimmerartigen Türen gesäumt, in das oberste Deck der Raumstation schnurstracks in eine schummrige Bar, die mit roten Laternen punktuell erhellt und mit einschläfender Musik beschallt wurde. An deren Tresen lungerten einige übel aussehende Gestalten herum, die mit Animiedamen im Regengeflüster über den Austausch von Körperflüssigkeiten beschäftigt schienen. Mit seiner silbernen Uniform erregte Tornut sofort ihre Aufmerksamkeit. Er passte hier so wenig her wie ein Känguru in einem Smoking, und eine der Gestalten kam vom Tresen schwankenden Schrittes direkt auf ihn zu. Es war ein spitzbärtiger Hühner in einem abgeranzten Mantel, der nach billigem Fusel roch. Breitbeinig blieb er vor dem ersten Offizier stehen. »Du musst Tobiks Bruder sein, was?« »Äh, richtig. Und wer erkennt mich da?« »Herr Kesse Karlbutz, die Wiedergeburt eines Ritters aus dem 17. Jahrhundert. Seine Leiche blieb mysteriöserweise unverwiss. Ein tapferer, aber sehr lüstender Kämpfer,« grinste er. »So wie ich.« Beim Sprechen zuckte hinter seinem Kinnbacken ein Muskel, fast wie die Kiemen eines Fisches. »Lass uns von Torbik reden. Ich nehme an, der war nur ganz kurz hier.« »Ja, und er lässt dich schön grüßen. Du sollst erst gar nicht versuchen, ihn zu finden,« richtete ihm Karlbutz von oben herab aus. »Sonst reißt er dir den Bart ab.« »Ich hab doch überhaupt keinen Bart,« protestierte Tornot. »Dein Bruder dachte, du bleibst hier und lässt dir einen wachsen,« lachte Karlbutz frech. »Aber der würde deiner Sunnyboy-Visage gar nicht gut stehen.« »Danke für diesen wertvollen Hinweis, Mr. Karlbutz,« richtete Holmes das Wort an ihn. »Im Grunde wollen wir nur das entwendete Gold finden. Wissen Sie, an wen Mr. Torbik verkauft hat?« »Ich weiß es schon. Verrat aber nix. Er hat zehn Tonnen davon gegen ein 1A-Raumschiff eingetauscht und ist damit Richtung Adromedanebel entschwunden. Ui!« Mit Schwung drehte er sich einmal um sich selbst. Es schien ihm grenzenlosen Spaß zu bereiten, seine drei Zuhörer in die Irre führen zu wollen. »Ich glaube kaum, dass er in den Adromedanebel abgedüst ist, Karlbutz,« keifte Tornot, dem es nicht gefiel, für dumm verkauft zu werden. »Weil wir dort noch keine Kolonie haben.« »Na dann, wir deine gründen, dein schlauer Bruder. Mit dem Goldsägen im Gepäck steht ihm nichts mehr im Weg,« grenzte Karlbutz und entblößte ein lückenhaftes Gebiss. »Wir finden ihn auch ohne deine Hilfe, du zahnlose Wiedergeburt.« »Oder wollen Sie uns Informationen verkaufen, Mr. Karlbutz?« ahnte Dr. Watson. »Nein, ich verkaufe keine Infos, die ihr gegen einen guten Freund von mir verwenden könnt. Denn ich bin loyal,« rühmte er sich, wandte sich schwungvoll um und trabte mit leichter Schlagseite an den Bartresen zurück, wo eine aufgetakelte Blondine schon ungeduldig mit einem leeren Longdrinkglas in der Hand seiner harte. »Was hattest du denn mit dem Alufolieem-Burschen zu reden?« fragte sie ungehalten und ließ dabei die Eiswürfel in ihrem Glas scheppern. »Ach, dem habe ich nur einen Witz erzählt,« antwortete er mit wegwerfender Geste. »Ziemlich verkommene Gesellschaft hier,« mokierte sich der Doktor. »Hm, zehn Tonnen Gold gegen ein Raumschiff, das kann sogar die Wahrheit gewesen sein. argwöhnte Tonert. Damit hat er schon jetzt einen Riesenvorsprung. Aber nur, wenn es stimmt, was dieser Mr. Karl Butz soeben behauptet hat,« erwähnte Holmes. »Na, das lässt sich leicht herausfinden,« war Tonert überzeugt und schritt energisch zur Bar. »Wie kommen Sie dazu, mich als Alufolieem-Bursche zu bezeichnen, Blondie?« »Lass sie in Ruhe, sonst brauchst du ein neues Gebiss,« warnte ihn Karl Butz. »Wieso holst du dann deinen Freund Torvik her?« »Ich habe keine Freunde. Außerdem ist der mit der Pinpack 13 schon mindestens 1500 Lichtjahre weit weg. Und jetzt hau ab, oder es gibt was aus dem Maul!« Die Hälse der anderen Barbesucher wurden länger, alle erwarteten sich schon eine handfeste Schlägerei. »Na, na, 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 na,« mischte sich Dr. Watson helfend ein. »Sie benehmen sich äußerst tierisch, Mr. Karl Butz. Das erinnert mich stark an die männliche Schnabelfliege, lateinisch Pitacus hageni, welche den Geschlechtsakt mit der Übergabe eines Beutetieres an das Weibchen einleitet. Sie machen das mit einem Trink, wie ich sehe.« »Hihihi,« kicherte die Blonde. »Der Schnurrbarträger ist lustig.« »Ich mag ihn aber nicht,« drohend baute sich Karl Butz vor ihm auf. »Substrahier dich, Schnurrbart, oder ich rupf dir jedes Einzelne aus, einschließlich der Nasenhaare.« »Kommen Sie, lieber Freund, wir suchen das Weite, mindestens 1500 Lichtjahre von hier,« sprach Holmes und zog Watson am Ärmel von der Bar weg. »Hat Ihr Bruder Ihnen gegenüber einmal eine Liebesbeziehung zu einer Frau erwähnt, Mr. Tornard?« »Ja, Chechelle Lafemme«, pflichtete ihm Dr. Watson bei, der sich nochmals zur Sicherheit umdrehte, doch Karl Butz bestellte für seine Begleiterin gerade wieder einen neuen Drink. »Das schon, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass er immer noch mit ihr liiert ist. Sie heißt Aubrey, ist die begehrteste Schönheit auf dem Exoplaneten Trappist-1e und erschien sie echt zu vergöttern. Ja, er schwärmte mir vor, sie wäre was Besonderes. Später hatte sie mir gegenüber zwar nie wieder erwähnt, doch die Entfernung von 1500 Lichtjahren stimmt ungefähr. In dort zu finden, könnte also hinhauen. Wir sollten ihr jedenfalls einen Besuch abstatten, denn es kann durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Er hat sich ihr gegenüber soweit geöffnet, seine geheimsten Wünsche offen zu legen. Sherlock Holmes wusste um den wunden Punkt der meisten Männer. »Eine hinreißende Frau kann den stärksten schwach machen.« »Meinetwegen, hier finden wir ihn ja doch nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Daher können wir genauso gut zu Aubrey pilgern,« stimmte Tornut zu. »Bin gespannt, ob die wirklich so super aussieht.« Die langsame Musik schwoll zu einem Heavy-Metal-Song an und einige finstere Gestalten torkelten auf die Tanzfläche und machten unorthodoxe Bewegungen, die nur entfernt an einen Twist erinnerten. »Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, dann waren wir schon einmal auf Trapist-1e, 40 Lichtjahre von der Erde entfernt, wegen des verdächtigen Vizepräsidenten.« »Sie haben schon wieder einmal recht, Mr. Holmes,« nickte Tornut anerkennend. »Den Teil Ihres Gehirns bräuchte ich oft.« »Wie damals auf der guten alten Erde, müssen wir im Weltall jetzt auch mitunter dieselben Orte aufsuchen, um fragwürdige Existenzen aufzufinden,« resümierte Dr. Watson achselzuckend. »Schnell entfernen wir uns von diesem ohrenbetäubenden Lärm, der mit Musik so wenig zu tun hat wie ein Klavier mit einer Abfalltonne.« »Schade, ich hätte gern noch etwas Curly-Action genossen,« murrte Tornut, machte sich jedoch mit seinen Begleitern pflichtbewusst auf dem Weg zum Schiff. Zurück in dem spärlich beleuchteten Flur öffnete sich plötzlich eine der Türen und eine Frau trat heraus, gut in Szene gesetzt von dem aus dem Hotelzimmer fallenden Neonlicht. Tornut erschrak. »Oh, Ministerin!« »Psst!«, machte sie und legte einen Finger an ihre Lippen. Ihre schlanke Figur war in ein konjakfarbenes Seidenkleid und eine Aura des Geheimnisvollen gehüllt. »Offiziell bin ich gar nicht hier.« »Verstehe!«, nickte Tornut, der unsicher herumschielte. »Ich dachte mir schon, dass sie ihr erster Weg hierherführen würde,« hauchte sie. »Sobald Sie Ihren Bruder finden, können Sie ihm mein Angebot unterbreiten.« Ohne die beiden Engländer zu beachten, wisperte sie ihm etwas ins Ohr und verschwand dann wieder in ihr Zimmer zurück. Das Ganze vollzog sich so rasch, dass alle drei sich an eine Fata Morgana erinnert fühlten. Holmes und Watson warfen sich bedeutungsvolle Blicke zu, sagten jedoch nichts. Auch Tornut verlor kein Wort, sondern strebte entschlossen weiter den Flur entlang, bis sie den Ausleger mit der Ultimo I erreicht hatten. An Bord erstattete Tornut dem Kapitän Bericht, verschwieg aber die kurze Szene mit der Ministerin. Holmes verbatte sich da zu jeglichen Kommentar, erkundigte sich jedoch, »Mr. Decker, kann es sein, mit dem Gold stimmt etwas nicht?« »Kaum, es wird überall das Zahlungsmittel akzeptiert, wo wir Menschen die Oberhand haben.« »Wie kommen Sie darauf, Mr. Holmes?« »Nur so ein Gefühl. Normalerweise wird eine derartige Menge an Edelmetall in einer Art und Weise gesichert, die es einem Normalbürgersche unmöglich macht, es zu entwenden. So wie es undenkbar war, der einst die Kronjuwelen aus dem Tower zu stehlen. »Sie kennen meinen Bruder nicht,« seufzte Tornut. »Der ist alles andere als normal.« Der Kapitän brummte unwirsch. »Die zehn Tonnen, die er für das Raumschiff Pinback 13 ausgab, können wir abschreiben. Doch der Rest muss ehestens aufzutreiben sein.« »Und die Pinback 13 können wir ja beschlagnahmen, sobald wir sie aufgespürt haben,« freute sich Tornut händereibend. »Mit einer geballten Faust,« befallte Decker. »Also, nehmen wir rapiden Kurs auf Trappist 1e.« Die Reise dorthin verlief schnell, und der Meisterdetektiv verließ einer Skepsis-Ausdruck, den Gesuchten bei der einst Angebeteten vorzufinden. »Nach allem, was Sie uns über Ihren Bruder erzählt haben, nehme ich stark an, er wird es uns nicht leicht machen.« »Wer weiß, eventuell hat die Schöne seine Sinne verwirrt,« schätzte Dr. Watson, »oder ihn gar zu dem Diebstahl angestiftet.« Die Schöne hatte ein großes Anwesen auf dem bewohnten Exoplaneten, und so konnten sie mit dem Shuttle direkt in ihrem weitläufigen Garten landen. Obwohl es schon tiefe Nacht war, brannte in der hübschen Villa noch Licht. Sie ließen sich durch einen Hausroboter anmelden, worauf dieser sie in das luxuriös ausgestattete Innere geleitete, in welchen ein opulenter Duft nach Sandelholz vorherrschte. Geflammter Marmor und dunkelgebeiztes Holz verrieten den Reichtum der Dame des Hauses. »Beeindruckt«, sagte Tornot. »Also Ihr Verdacht, dass sie meinen Bruder zum Diebstahl angestiftet hat, Dr. Watson, hat sich hiermit zerstreut. Diese Frau braucht Gold so wenig wie ich ein Hühnerauge.« »Meiner Erfahrung nach wollen Reiche immer noch reicher werden«, merkte Holmes an. »Ungeachtet einer Anstiftung wollen wir nur in Erfahrung bringen, wo sich Torwig aufhält.« Unverdrossen trottete der Hausroboter vor ihnen her. Quer durch einen üppig mit antiken Möbeln ausgestatteten Salon und wo in anderen Haushalten nur sonst mittig ein roter Teppichläufer liegt, erstreckte sich hier vor ihnen ein längliches Schwimmbasin, in welchem einer Nixe gleich die bezaubernde Aubrey weilte. Sie trug einen karminroten Bikine und ihre titianroten Haare zu einer Hochsteckfrisur aufgetürmt, aus der verspielt einzelne Härchen hervorlugten. Wassertropfen, noch in den Augenbrauen glitzernd, winkte sie ihnen hultvoll zu. Ihr Bikini-Oberteil umfasste drei Brüste, die sich rhythmisch hoben und senkten. Über ihre drei Gäste zeigte sie ein verwundertes Gesicht, so als hätte sie nie zuvor so viele Herren auf einmal gesehen. Wir stören nur ungern, Miss Aubrey, aber es geht um meinen Bruder, begann Tornot, der innerlich dahin schmolz und äußerlich errötete. Ah, deshalb die Ähnlichkeit, hauchte sie milde lächelnd. Torvik sieht fast so aus wie sie, nur eben vor einer Schönheits-OP. Ich brauchte keine Schönheits-OP. Er zwar schon, verweigerte sich aber der Chirurgenkunst. Ja, ich fand ihn sehr männlich. Das letzte Wort, sagte sie mit Nachdruck, leckte sich danach über die Lippen. Wegen ihm sind wir hergekommen. Wir hofften ihn hier bei Ihnen zu finden, erklärte er ihr, sichtlich schüchtern, blickte Hilfesuchend zum Meisterdetektiv. Wann war Ihr männlicher Verehrer denn zuletzt bei Ihnen, Lady Aubrey? forschte dieser in höflichem Ton. Mir kommt es wie ein Lichtjahr vor, doch es kann höchstens einen Erdenmonat her gewesen sein. Darf ich Sie als Arzt fragen, meldete sich Dr. Watson zu Wort, ob er sich in einem gesunden Zustand befand? Ja, sogar sehr gesund, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich verstehe. Wir fragen uns nämlich, ob er in einem Zustand der Verwirrung war, denn er hat sich zuletzt vom Vater Tugend entfernt. Man hört so manches. Aubrey rollte mit den Augen. Kann es sein, dass Sie, Miss Aubrey, wie soll ich sagen, drückste Ton und herum, ihn zu einer unanständigen Tat ermutigt haben? Weil er immer wieder eindeutige Absichten mir gegenüber äußerte, wollte ich zwar einen Liebesbeweis, doch dieser hatte überhaupt nichts mit einer unanständigen Tat zu tun, behauptete sie und rollte erneut mit ihren großen Augen. Hm, und wo könnte er sich ihrer Meinung nach befinden? Das ist die Frage. Sie überlegte angestrengt, wobei sie sich mit einer Hand über das großzügig freigelegte Dekolleté strich. Ich muss leider annehmen, dass er mir untreu war und dass er sich an eine Rivalin herangemacht hat. Sie arbeitet als Sexmarsöse in einem zwieligten Männerbelustigungsklub und er war Gerüchten zufolge ihr Stammkunde. Aber das ist sein Geheimnis gewesen. Für die Union gibt es keine Geheimnisse, brusante Ton und im Brustton der Überzeugung heraus, wieder in seiner gewohnt selbstbewussten Art. Auch seine Schamesröte war aus seinem Gesicht gestrichen. Das kann ich mir denken. Wie heißt dieser Club und wie die Masöse Miss Aubrey? Der Club heißt MM69. Oho, entkam es Tonert, der erneut rot wurde. Es gibt einfach Orte, deren Namen allein schon wie ein Versprechen klingen. Ja, exakt dasselbe sagte Torwig auch und Hände, die ein Herz haben, fügt er noch hinzu. Und wie heißt nun diese herzliche Hand oder vielmehr die weibliche Person, die sie führt? Wollte Holmes wissen. Wie die handfertige Masöse heißt, interessierte mich gar nicht. Mit einer grazilen Bewegung stützte sie sich vom Basinrand ab und zog sich mit den Beinen plätschernd aus dem Wasser, wobei ihr Bikini-Höschen leicht nach unten rutschte und die Rundung ihres Popos freigab. Tonert schluckte hörbar, was ein gurgelndes Geräusch verlauten ließ. Tja, dann gehen wir jetzt. Insgeheim hoffte er, von Aubrey aufgehalten zu werden, denn er fühlte sich von ihrer Attraktivität stark angezogen. Lassen Sie sich nicht aufhalten, werter Besucher, zirrte sie, als hätte sie seine Gedanken gelesen und umgehend abgelehnt wandte sie sich um und trippelte eilig davon. Jetzt ist mir klar, warum mein Bruder sie für was Besonderes hält, flüsterte Holmes zu. Die hat ja einen Trippelbusen. Ich finde, Mutter Natur hätte sich die dritte Ausgabe einer Zapfstelle für das Baby sparen können, scherzte Dr. Watson, als alle wieder im Shuttle saßen. Bedenken Sie, lieber Freund, dass diese absonderliche Dreifaltigkeit auch künstlerischer Natur sein könnte, gab Holmes zu bedenken. Ja, ja, die Mode treibt oft seltsame Blüten. Und Tornut philosophierte, wenn ich mir überlege, dass mein Bruder, der von der Union geächtet, von uns verfolgt und der bildhübschen Aubrey geliebt wurde, obwohl er aussieht wie Quasimodo, nachdem er vom Glockendürm gestürzt ist, frage ich mich, ob es eine Gerechtigkeit geben kann. Sherlock Holmes schielte ihn von der Seite her an. Die Mühlen des Gesetzes malen langsam, doch sie tun es unverdrossen. Fast kommt es mir so vor, als ob unser Räuber- und Gendarmspiel, das wir als Kinder so gerne trieben, noch nicht zu Ende ist, murmelte Tornut. Der besagte Club war nicht schwer zu finden, denn auch im Navi des Shuttles war er als beliebter Hotspot für Männer verzeichnet und sehr leicht erreichbar, mit Kundenparkplatz für Flugscheiben, ebenso wie für bodengebundene Fahrzeuge. Das Trio wurde von einer Androiden-Dame am herzförmigen Eingang sehr herzlich empfangen. Willkommen im Club der heilenden Hände, schnarrte die täuschend menschlich aussehende Maschine auf zwei langen, schwarz bestrumpften Beinen. Nur an der abgehakten Aussprache ahnte man die künstliche Herkunft. Sind Sie Mitglieder? Ich bin Torvik und habe mich, wie Sie unschwer erkennen können, einer Schönheits-OP unterzogen, schwindelte Tornut. Ich möchte zu meiner Lieblings-Massöse gebracht werden. So, haben Sie auch Ihre Stimmbänder operieren lassen? erkundigte sich die Androiden-Dame argwöhnisch. Ja, sonst passt die Stimme ja nicht zu meinem schöngemachten Körper dazu, log er überzeugend weiter. Folgen Sie mir zu Mademoiselle Morisale, forderte sie ihn auf, aber sie nimmt immer nur einen nach dem anderen dran. Mit extra langen Schritten eilte die Androiden zu einem Zimmer, welches eine Glastür hatte, die freien Blick in ein weiß gestaltetes Zimmer bot. Oh, darf man der Masseuse bei der Arbeit zusehen? wunderte sich Dr. Watson. Wenn Mademoiselle Morisale einen Kunden hat, dann wird die Glastüre undurchsichtig. Ich muss wieder zum Empfang zurück. Abruppt drehte sich die Androiden um und verschwand. Beim Eintreten umfing das Trio ein Duft nach blütenden Blumen, erfrischend und anregend. In der Zimmermitte, wie ein Thron platziert, stand das Himmelbett mit einem weißen Baldachin überdacht, von dem fein gesponnenen Schleier herunterreichten. Dahinter stand eine Massage Liege und aus einem Nebenzimmer schritt eine dunkelhäutige Schönheit mit bernsteinfarbenen Augen und einem stolzen Antlitz. Ihren geschmeidigen Körper umhüllte eine türkise Toga. Mademoiselle Morisale, ich bin Torwigs Bruder und suche ihn verzweifelt. Können Sie mir Auskunft geben, wo er zu finden ist? Es ist wirklich außerordentlich wichtig. Mit abweisender Mimik sprach sie, es ist mir leider verboten, jedwede Auskunft über Clubmitglieder zu geben, selbst an enge Verwandte. Ihr Gehorsam ist sehr lobenswert, Mademoiselle Morisale, nickte ihr Holmes wohlwollend zu, doch dies ist ein Notfall. Ja, das kann ich als Arzt bestätigen, pflichtete ihm Dr. Watson bei. Sie sind Arzt? Dann können Sie mir bestimmt sagen, welcher Muskel meinen Oberarm spannt, prüfte sie sein Wissen. Natürlich, und zwar der Musculus Bizeps Brachai, ein großer zweiköpfiger und zweigelenkiger Muskel, der zur Gruppe der Oberarmuskeln gehört. Die beiden Köpfe des Muskels bezeichnet man als Carput Longum und Carput Breve. Als gelernte Masseuse müssen Sie doch das ebenfalls wissen. Stimmt, ich wollte nur sehen, ob Sie wirklich ein Arzt sind. Ja, nachdem wir nun den Beruf des Dr. Watsons abgeklärt haben, können wir zum Wesentlichen kommen, drängte Tornut. Also, wo ist ... Schon unterbrach sie ihn und erzählte, er tat immer so unheimlich beschäftigt, mal sei er dort, dann wieder da. Zuletzt faselte er etwas von zweiter Heimat oder so. Vergesse nie die Heimat, wo deine Wiege stand. Weiter weiß ich leider nicht mehr. Du findest in der Fremde kein zweites Heimatland, vervollständigte Dr. Watson. Jedenfalls verließ er mich, kam nicht zu einem ausgemachten Termin und ich hörte mich interessehalber nach einer neuen Bleibe um. Mir kam zu Ohren, er verkehrte mit einem zerstreuten Professor, dessen neuste Erfindung er sich unter den Nagel reißen wollte. Hatte diese Erfindung irgendetwas mit Gold zu tun? befragte sie Holmes. Das hat er mir nicht verraten. Ich halte Professorin für die Feinde der Menschheit. Sie erfinden immer etwas, das zum Untergang unserer Spezies beiträgt. Nun ja, meine Liebe, das kommt daher, weil die Menschen Erfindungen meistens zweckentfremden, belehrte sie Dr. Watson. Sie sagen es, weiser Mann, wenn die Professoren nichts erfänden, dann würde niemand etwas zweckentfremden können, beharrte sie auf ihrer Meinung. Kein einziger meiner Kunden ist ein Professor. Das ist jedoch immer noch kein Beweis für deren Feindschaft gegenüber allen Menschen, monierte Holmes. Welchen Namen trägt denn der Professor, von dem Sie sprechen, Mademoiselle Morisane? Keinen schönen. Der Professor trägt den seltsamen Namen Quirin Rampenschlägel und ist in Wissenschaftskreisen wohl bekannt. Momentan forscht er auf dem Nachbarplaneten Trapist 1b, wo es ziemlich heiß ist. Professor Rampenschläge hat sich mit einem Riesenschutzschild gegen die Hitze gewappnet. Was er dahinter treibt, ist für die Außenwelt top secret. Das wird nicht länger ein Geheimnis bleiben, wenn wir ihn erst ausgequetscht haben, ätzte Tornut mit apothektischer Sicherheit. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mademoiselle Morisale, Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Vereinbaren Sie einen Termin am Empfang und ich helfe Ihnen noch viel mehr, mein uniformierter Freund, versprach sie und schmunzelte vielsagend, wobei sie tänzelnde Bewegungen mit ihren schlanken Armen vollführte, ähnlich einer untertänigen Tempeltänzerin, die das Wohlwollen der Götter beschwören will. Die Ultimo 1 brachte das Trio unverzüglich zur Sonnenseite von Trapist 1b, wo eine beeindruckende, gut abgeschirmte technische Anlage zum Landen einlot. Hohe Türme, schnell rotierende Halbkugeln und lang gestreckte Glaskuppeln zeugten von hochmoderner Akribie. Auch der erwähnte queeren Rampenschläge schien also über beachtliche finanzielle Mittel zu verfügen und über einen Hausroboter, der ihm seine Besucher per Funk meldete, allerdings keine Antwort erhielt. Mein Chef will nicht gestört werden. Auf seinen Willen können wir als ausgesandte Autoritäten der Galaktischen Union keine Rücksicht nehmen, keifte in Tornhut an. Führ uns zu ihm, sonst sorge ich für deine baldige Verschrottung. Derart eingeschüchtert führte der mit einer Kupferrüstung verkleidete Roboter die aufdringlichen Gäste durch lange Korridore, einen großen Saal und letztendlich in ein Labor mit allerlei bizarr aussehenden Geräten. Bitte äußerste Ruhe, mein Chef ist gerade bei einer wichtigen Forschungsarbeit, gemahnte der Roboter, wobei seine roten Augen aufleuchteten wie Warnlampen bei höchster Alarmstufe. Machte Tornhut sich selbst mit einer Faust gegen den Brustkorb schlagend. Und wir sind gerade auf einer wichtigen Fahndung nach einem Dieb. Negativ, hier befindet sich weit und breit kein Dieb, außer ihre beiden Gefährten beabsichtigen, meinem Chef sein Eigentum zu stehlen. Nein, Mr. Roboter, das beabsichtigen wir ganz und gar nicht, sondern eine eloquente Befragung ihres Chefs. Wie sind Holmes auf seine ehrlichen Absichten hin? Genau, wir sind so wenig Diebe, wie ein Roboter ein wildes Monstrum ist, zog Dr. Watson einen holprigen Vergleich heran. Professor, diese drei Menschen ließen sich von mir nicht abweisen, entschuldigte sich der mechanische Helfer und machte eine Vermorgung. Der Professor stand mit von jahrzehntelanger Verantwortung zerfurchter Stirn, gebeugtem Rückgrat und verkniffen im Mund sowie beflecktem Laborkittel an seinem Platz hinter einem Mikroskop und wirkte so, als wolle er für den Rest seines Lebens nicht mehr davon zurückweichen. Schwerfällig drehte er seinen Kopf in einen beinahe unnatürlich wirkenden Winkel, um ein Auge auf die Eindringlinge zu werfen. Hallo Professor Rampenschläge begrüßte den Tornut und winkte mit einer Hand kurz auf und ab. Wir erfrechten uns, sie in einer Angelegenheit aufzusuchen, die keinerlei Aufschub duldet. Reißen sie sich zusammen und sich selber von dem Mikroskop weg und widmen sie uns ihre volle Aufmerksamkeit, rate ich ihnen. Das ist besser für sie als uns zu ignorieren. Durch die halb geschlossenen Zähne erwiderte der alte Unwirsch Wenn sie hier sind um mich zu therapieren nehmen sie bitte Abstand von solchen Ratschlägen ich bin besseres gewohnt. Dr. Watson gab ihm daraufhin einen anderen Ratschlag Herr Professor wenn sie weiter in dieser unnatürlichen Stellung verharren dann kann ich ihnen als Arzt voraussagen werden sie demnächst ein steifes Genick bekommen ich rate ihnen sich zu ihrer vollen Größe aufzurichten widerwillig richtete er sich auf und schenkte dem wartenden Besucher einen strengen Blick Was wollen sie denn von mir ich bin hier gerade mitten in einer Arbeit die der Zukunft der Menschheit dient und kann keine neugierigen Kiepizze brauchen die mir über die Schulter gucken und jeden Handgriff hinterfragen ich werde mein Labor versiegeln müssen Tornot verschaffte sich mit einer ausufenden Geste Gehör Herr Professor Rampensiegel äh pardon Rampenschläge Sie stehen in drängendem Verdacht meinem Halbbruder bei dem Zugriff auf 50 Tonnen Gold geholfen zu haben das regelmäßiges Eigentum der Union ist haben Sie mich verstanden ja ich bin ja nicht taub außerdem reden sie auch laut genug das hört sich ja alles gemeing gefährlich an die Faktenlage ist jedoch eine ganz andere berichtigte er ihn rasch und schien ihm dabei mit ausgestrecktem Zeigefinger zu durchbohren Torvik hat sich des Goldes das mir anvertraut war einfach entgegen meiner Autorität bemächtigt nachdem ich es auf den Antrag der Union hin chemisch leicht verbessert habe ich hatte also doch recht erkannte Holmes in verhaltenem Stolz mit dem Gold stimmt etwas nicht mit dem Gold lateinisch aurum chemisches zeichen au stimmt alles es schaffierte sich der Professor dessen Gesicht kalkweiß wurde haben sie es etwa radioaktiv verstrahlt Professor Rampens äh pardon Rampenschläge verdächtigte ihn Torland wobei er aufgeregt mehrmalig mit der Faust auf ihn deutete das nicht unbedingt und drohen sie mir gefälligst nicht mit der Faust junger Mann exaltieren sie sich doch nicht so sie silbriger Halbbruder was haben sie mit dem Gold gemacht sie alter Wirrkopf nur die Ruhe mein Junge und keine Beleidigungen sonst befehle ich dem Roboter ihnen einen leichten Schlag auf den Hinterkopf zu versetzen ich habe das wertvolle Edelmetall hier setzte er eigens eine Sprechpause um die Spannung für Tornhut ins Unerträgliche zu steigern mit einem speziellen Mittel bearbeitet das ich aufgrund der bevorstehenden Patentierung noch geheim halten muss es wird sich selbst und meinen Ruhm noch vermehren kurz schloss er die Augen als sei er schon von den Blitzlichtern der Fotografen geblendet die der Menschheit ihn samt seiner Erfindung präsentieren werden so ist Torwig also zu dem Gold gekommen sinnierte Holmes die Union händigte es ihnen zur Vermehrung aus und er nutzte die Gunst der Stunde sie sind ein Genie verehrter Professor das wird niemand bestreiten versuchte Dr. Watson im Honig um den Mund zu schmieren Meine Genialität wird perpetuiert nicht aber jene der Union kräkelte er vergnügt wobei er seinen Hohn für selbige kaum verbarg Kann man es im Nachhinein als Fehler bezeichnen Torwig nicht einfach zur Fahndung ausgeschrieben zu haben so dass ihn Spezialkräfte der Polizei aufspüren wollte Tornut wissen Die Unionspolitiker entschieden sich seine Übeltat tot zu schweigen ihm gleichsam den Sauerstoff zu nehmen und ihn zum Verschwinden zu bringen Bei so viel Beute ist doch Sonnen klar dass er sich nicht lange daran erfreuen wird können Des Professors Miene hält er sich ein wenig auf Sie dachten das Gold könnte ihm von etwaigen Komplizen abgejagt werden schätzte Holmes Oder von seiner Lebensgefährtin zumindest ein Teil davon Es ist wichtig dass das Gold nicht lange an einem Ort bleibt und nicht mit Trinkwasser in Berührung kommt Was hat es denn mit dem Gold Vermehrungsmittel auf sich herrscht den Dr. Watson an Raus mit der Sprache Ich habe schon zu viel gesagt und ziehe mich jetzt zurück Auf ein lautes Händeklatschen versank der Professor mittels einer Plattform in den Untergrund Das entstandene Loch wurde durch eine Eisenplatte die sich zischend darüber schob blockiert Neugierig sah sich der Meisterdetektiv in dem Labor um Es ist mir leider unmöglich festzustellen was er sich unter diesem Mikroskop angesehen hat Mit einem entschlossenen Griff schnappte sich Thorn und den Glasstreifen der unter dem Mikroskop lag steckte in sich in die Uniformtasche und knurrte Das wird uns Dufflon sicher zu erläutern wissen Eilends verließen sie das Labor die Anlage und den heißen Planeten Wenig später an Bord der Ultimo 1 betrachtete sich Dufflon der wissenschaftliche Leiter unter seinem Mikroskop den Dr. Watson Thornut und Holmes warteten schon ungeduldig auf seine Expertise Das sind Bakterien wie sie nur auf dem Planeten Proxima Centauri D nur viereinhalb Lichtjahre von der Erde entfernt vorkommen Sie sind noch weitgehend unerforscht äußerst lahm und stellen sich gerne tot Was könnten sie bei einem Edelmetall wie Gold bewirken mein Freund hakte Holmes nach Das kann ich nach einem kurzen Blick darauf wirklich nicht feststellen entrüstete sich Dufflon Ich will gerne ein Gramm Gold aus meinem privaten Reservoir opfern um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen doch das wird dauern Dann Dann bleibt bleibt uns nichts weiter übrig als an deren Brutstätte zu pilgern um ihm womöglich beim Bakterien suchen anzutreffen erhoffte sich thornet ein baldiges Wiedersehen mit dem abtrünnigen Verwandten Wenn er vom Goldfieber erfasst wurde dann kann ich mir gut vorstellen er erhofft sich diese Bakterien haben die Möglichkeit das Gold ins Unendliche zu vermehren Mut maßte der Doktor Elementar Watson Holmes klopfte ihm anerkennend auf die Schulter Das ging mir gerade auch durch den Kopf Also schnell schnell drängte Thornet Sonst verpassen wir ihn wieder Durch einen Quantentunnel erreichte die Ultimo 1 den bewussten Planeten der den geheimnisvollen Bakterien als Heimat diente Die Atmosphäre war atembar Die Landschaft erdähnlich und die Temperatur zeigte sich als sie aus ihrem Shuttle ausstiegen frühlingshaft Gerade richtig zum Erwachen aus einem langen Winterschlaf kommentierte Thornet Nur der impertinente Gestank nach faulen Eiern stört ein wenig die feine Nase Dort hinten steht etwas das einem Raumfahrzeug ähnelt wenn mich meine Augen nicht trügen ließ Holmes verlauten Tatsächlich fanden sie eine Fähre inmitten eines sumpfigen Gebietes wo der verlorene Bruder mit einer Pipette am Werke war Emsig bemühte er sich aus dem Moor einige Tropfen damit aufzusaugen In seinem grauen Raumanzug richtete er sich auf klappte das Helm Visier hoch und machte eine ausdruckslose Miene Bruder so ein unverhofftes Zusammentreffen ist nicht nach meinem Geschmack richtete er tornut aus ich leide schon an deinem zornigen Anblick An Loyalitätsnot leidest du ja nicht Sei vernünftig und gib das Gold zurück Unsere Finanzpolitiker gefallen sich in der ewigen Wiederbelebung des gleichen nämlich des sogenannten Durchsickereffekts was bedeutet die Reichen so reich wie möglich werden zu lassen dann wird die Reichtum schon nach unten durchsickern darauf warten die Armen dann bis zum jüngsten Tag referierte er und steckte sich die Pipette samt Inhalt in die Seitentasche seines Raumanzugs Und da nahmst du eine kleine Umverteilung vor? Tornot schüttelte ungläubig den Kopf Um dich unerlaubt zu bereichern Ich sehe mich mehr als Robin Hood einen tatkräftigen Mann der sozialen Gerechtigkeit der im Wald lebte wo das Dasein noch erstrebenswert war frische Luft nette Gesellschaft von Wildschweinern und die Freiheit vom drückenden Gesetz Der Arm des Gesetzes reicht weit und sie haben sich im Dickicht des Verbrechens verstrickt maßregelte in Holmes welcher sich in der Umgebung stark an Dartmoor erinnert fühlte Robin Hood Robin Hood war ein wüster Wegelagerer der im Sherwood Forest mit Geistlichen und Adelsmännern gar grausam verfuhr erst später hat ihn die Literatur zum romantischen Helden verklärt Und dieser Robin hat gegenkommend Willst willst du jetzt mit mir herum philosophieren Nein danach steht mir nun wirklich nicht der Sinn Wir sind eben charakterlich zu unterschiedlich ausgestaltet Wenn sie ihr Rückgrat stärken und ihren Charakter zu einer Autorität schleifen wollen dann sollten sie das Diebesgut retunieren und wieder dem Vater Tugend einschlagen Empfahl ihm Holmes Ja dem kann ich mich nur anschließen Stimmte Dr. Watson zu Zeigen Sie dass in ihren Adern das gleiche gesetzestreue Blut fließt das auch Mr. Tornuts Gefäßsystem durchströmt Haha wie gestellt sich der Schnauzbart ausdrückt Übrigens existiert weder für mich ein Steckbrief noch ein Haftbefehl Du kannst Bruder Nein das glaube ich dir nicht beides ist nur noch nicht veröffentlicht worden Mr. Tornut Holmes legte ihm eine Hand auf seinen Oberarm Ich kann es mir schon denken denn dass ihrem Bruder so ein dreister Diebstahl gelungen ist hat die Union ziemlich gedemütigt daher sollten Sie mein ammer Freund die Sache klammheimlich unter Brüdern regeln Mr. Decker hat wohl nicht damit gerechnet es Dame die ihnen auf ZÖB etwas ins Ohr geflüstert hat wird es durchblicken haben lassen Haha lachte Torwig wieder frech erst habe ich die Union alt aussehen lassen und jetzt die Union dich such dir einen anderen Job der Verein stinkt langsam aber sicher ab Dem Doktor dünkte bereits die Aussichtslosigkeit der Mission den verlorenen Bruder wieder auf den rechten Weg zurück zu bringen Es nützt nicht jemand eine Brücke zu bauen der gar nicht auf die andere Seite will Mr. Tornert Der erste Offizier wollte nicht aufgeben weder seinen Bruder noch seinen Glauben an das Gute in seinem Bruder Torwig man will dich diplomatisch zur Vernunft bringen du bist doch kein gemeiner Verbrecher sie machen dir ein Bomben angebot typisch stiehl ein Kamel und sie hängen dich stiehl eine Karavane und sie verhandeln mit dir Orakel der dieser belustigt hör zu sie bieten dir Straffreiheit und den Posten eines Supervisors für gestrauchelte Jugendliche nimm dieses Angebot der charmanten Finanzministerin an dass sie mir unter dem Segel der Verschwiegenheit für dich mitgab ja glaubst du denn das wirklich Brüderchen Einfallspinsel die Lügen einer Politikerin die Frau hat auch das letzte Mal die Wahrheit gesagt als sie von ihrer Mama gefragt wurde was sie sich zu Weihnachten wünscht ungeachtet des perplexen Gesichts von Tornot brachte sich Sherlock Holmes hilfreich in das Gespräch ein es liegt mir fern mich in fremder Leute Familien Angelegenheiten einzumischen aber ich gebe zu bedenken Mr. Torbik dass sein Leben auf der Flucht auf Dauer äußerst mühsam sein kann dieser grinste unverschämt Flucht wovor offiziell gibt es doch gar kein Delikt zu peinlich für die Union aus purer Eitelkeit haben die meinen großen Kuh verschwiegen das kann ich wohl nachvollziehen allerdings führt gekränkte Eitelkeit oft zu haarsträumenden Reaktionen noch noch immer amüsiert fragte er frech zu welchen denn nun wenn es ihrem Bruder nicht gelingt sie auf den Pfad der Tugend zurück zu führen wird das vermutlich jemand anders übernehmen warnte ihn der Meisterdetektiv und wer soll das sein herausfordernd stand er da wie einst Napoleon bei der Völkerschlacht zu Leipzig im Oktober 1813 Ein Kopfgeldjäger der inkognito agiert und keine verwandtschaftliche Rücksicht kennt Torwigs Mundwinkel sanken so als hätte er mit dieser wenig erfreulichen Option gar nicht gerechnet Nach einer Sekunde erholte er sich wieder Da könnten sie sogar recht haben Dem kann ich nur eine Menge eine große Menge Geld entgegensetzen denn solche Leute sind käuflich Aber deine 50 Tonnen Gold von denen du schon 10 Tonnen verscherbeln musstest die halten doch nicht ewig mischte er sich tornert wieder ein und danach wirst du erfolglos versuchen deine Identität und deinen guten Ruf für ein normales Leben zurück zu gewinnen Du hast keine Ahnung mit dem Gold hat es eine spezielle Bewandtnis ließ er geheimnisvoll offen was er genau damit meinte und entschied sich zum In Windeseile sprintete er zu der Fähre hinter sich und winkte noch durch die sich schliessenden Türen zum Abschied Tobik komm zurück beschwor ihn sein Bruder doch es war zu spät die Fähre beförderte ihn direkt zu seinem Raumschiff Pinback 13 welches sofort startete und im Hyperdrive Modus entschwand welche andere Bewandtnis kann es mit dem Gold auf sich haben als dass es sich dank der Bakterien weiter vermehrt stellte Holmes inzwischen völlig sicher fest eventuell hat es auch Dufflon mittlerweile herausgefunden machte sich Dr. Watson große Hoffnungen auf Enthüllung dieses Geheimnisses Vor Vor allem interessieren mich die Nebenwirkungen denn solch ein Akt der Vermehrung mittels unsichtbarer Helfer kann einfach nicht ganz ohne negative Auswirkung bleiben dessen war sich Holmes ganz sicher Langsam komme ich mir vor wie bei einer Rätselrallye bei der es nichts zu gewinnen gibt außer der traurigen Erkenntnis dass es besser ist ein Einzelkind zu sein unkte ton und bitter Die nächste bittere Erkenntnis stellte sich auf der Brücke der Ultimo Eins heraus Ihr Bruder hat mit dem Kauf der Pinback 13 einen Gold Griff getan krummelte Decker Dieses Raumschiff ist meinem leider überlegen kleiner wendiger und schneller es ist mir weder möglich es einzuholen noch dahinter zu kommen wohin es so schnell verschwunden ist In diesem trostlosen Moment kam Dufflon mit wehendem weißen Mantel dazu Jubelt mit mir ihr blutigen Lein Es ist mir nämlich gelungen mein Gramm Gold mittels der Bakterien auf drei Gramm zu vermehren Na dann wird mein Bruder bald der reichste Mann des Universums sein raunte der erste Offizier betroffen Oder der ärmste Mann führte Dufflon den Satz fort Wenn das Gold nicht bewegt So eine Reaktion ist mir zuvor noch nie untergekommen Allerdings hilft es nicht es mit Wasser zu kühlen Bei der Zufuhr von Süßwasser verpufft der Zuwachs an Gold wieder Bei der Zufuhr von Salzwasser verpufft das Wasser in einer heißen Dampfwolke Das habe ich noch nie gesehen Ob Ihr Bruder das auch schon weiß Kapitän Decker sah von Dufflon zu Tornot Der Professor Rampenschläge wusste es sicher Aber ob er es ihm auch gesteckt hat weiß ich wirklich nicht Sir Solche Genies hüllen sich gerne in Geheimnisse was ihre Erkenntnisse betrifft Der Professor sagte ja selbst solange die Erfindung noch nicht patentiert ist fühlt er sich zur Geheimhaltung verpflichtet Daher schließe ich aus dass er dem Dieb alle Informationen übergab Wo steckt der Halunken Halbruder nur Mit beiden Händen hielt Kräfte dadurch aktivieren Was wenn sich Mr. Torbik doch auf einem Wasserplaneten aufhängt überlegte Holmes der noch immer dessen Wort Abtauchen im Hinterkopf hörte Und zwar einen den wir gut kennen Die Erdoberfläche besteht immerhin zu drei Vierteln aus Wasser Und ich habe einmal in der Bord Bibliothek gelesen fügte Dr. Watson hinzu dass die Meere weniger erforscht sind als das Weltall Stimmt nickte Tornert Auf der Erde leben 8,7 Millionen Arten Davon sind 86 Prozent der Landlebewesen und 91 Prozent der im Wasser lebenden Organismen noch unbekannt und wahrscheinlich zum Teil schon ausgestorben ehe sie entdeckt werden konnte So hofft auch ihr Bruder unentdeckt zu bleiben Mr. Tornert Außerdem Oh von diesem Fall haben Sie mir noch gar nichts erzählt Holmes Es ist auch so viel vorgefallen dass ich noch nicht dazu kam Watson Er wandte sich dem ersten Offizier zu Zurück zu Ihrem Bruder Mr. Tornert Bitte nennen Sie ihn nicht meinen Bruder Mr. Holmes Er ist nur mein Halbbruder mit Genen die mein Organismus glücklicherweise nicht als Erbinformation erhalten hat Ja das sehe ich ein aber würde es seinem Charakter entsprechen der Union nicht nur auf der Nase herum zu tanzen sondern sich praktisch vor ihrer Nase zu verstecken Ja das entspricht ganz seiner Linie aber er muss das Gold doch wie uns jetzt bekannt ist immer in Bewegung halten oder er muss es kühlen entgegnete Holmes vielleicht hat er eine entsprechende Kühlmethode ohne kostbares Trinkwasser gefunden das ihn noch dazu den Zuwachs des Goldes durch die Bakterien kostet dann könnte er länger an einem wüstenhaften Ort im All bleiben wenn er es mit Ventilatoren kühlt braucht er immense Energie überlegte Decker daher könnte er es mit Meerwasser versuchen und mit der Pinback 13 in einem irdischen Ozean untertauchen solange bis keiner mehr nach ihm sucht führte Dr. Watson den Gedankengang fort Wir versuchen es und steuern Motorräder an beschloss Decker Die naheliegendste Lösung ist auch oft die richtige Die Spannung an Bord auf dem Weg zum Ursprungsplanet der Besatzung war unerträglich Holmes bekämpfte seine Nervosität mit Geigenspiel Watson mit Lesen in der Bord Bibliothek und Tornut indem er sich von Lura seiner On-Off Freundin aus der Buchhaltung mit körperlicher Zuwendung trösten ließ während Decker missgelaunt in seinem Kommandostuhl thronte Schlussendlich war es soweit Eine Umrundung des blauen Planeten zeigte eine außergewöhnlich hohe Konzentration von weißen Wolken am Rande des Pazifiks Tornut stand auf der Brücke vor der Sichtscheibe zwischen Decker und Holmes dem die Herkunft dieser Wolkenwand sofort klar war Mit einem zufriedenen Lächeln meinte er Wie berichtete unser Gewiefter Dafflohn Wenn das mit den Bakterien behandelte Gold mit Salzwasser in Kontakt kommt verpufft das Wasser in einer heißen Dampfwolke Sir ich bitte um Erlaubnis mit Mr. Holmes der Shuttle zur Erkundung der Lage nutzen zu dürfen Erlaubnis gewährt Tornut So landeten beide kurz darauf am Ufer des Pazifiks das sich weit davon zurückgezogen zu haben schien Auf einem Felsen saß Torbik in seinem grauen Raumanzug mit grauen Gedanken im Kopf den er auf seine Hände gestützt hielt Wie ein armer Sünder hockte er immer noch dort als sein Halbbruder mit Holmes näher kam Na Bruder Herz zischte er beim Öffnen seines Helmvisiers hast doch noch gewonnen Was ist passiert In Tornuts Brust erwachten doch noch geschwisterliche Gefühle Beinahe tat ihm sein abtrünnig gewordener Verwandter Leid Ich ging mit meinem teuren Raumschiff auf Tauchstation und öffnete den Cargo-Raum wo ich das Gold verstaut hatte ließ Meerwasser zwecks Kühlung ein und zisch es hat die Pinback 13 zerrissen alles verloren nur das nackte Leben gerettet Du bist nicht nackt dein Anzug scheint dich gut geschützt zu haben Prozess machen machen weil du Angebot ausgeschlagen hast Dann brauche ich wohl einen mit allen Wassern gewaschenen Rechtsverdreher wie mir scheint Ja Mr. Torvik das scheint mir auch so Leihst du mir das Geld dafür Bruder Herz Mit treuherzigem Blick nahm er seinen Helm ab Das muss ich mir noch schwer überlegen du Säftel Verächtlich sah ihn torn und an Immerhin haben sie erst kürzlich eine saftige Gehaltserhöhung errungen Erinnerte ihn Holmes schmunzelnd Gehaltserhöhung